Yo Pyrus, ich habe hier mal den Norma Prospekt für Kategorie F1 Feuerwerk. Bevor die Frage auftaucht, nein, ich kann euch nicht sagen, ob eure Bestellung ankommt. Es gibt wohl nirgends ein Feuerwerksverbot, also das Abbrandverbot gibt es nirgends. Ein Abgabeverbot gibt es von Kategorie F2 Feuerwerk wohl, das wohl ab Dienstag in Kraft tritt. Dagegen wird aber wohl noch geklagt, wenn ich das richtig in Auffassung gebracht habe. Und irgendwas wollte ich noch sagen, keine Ahnung, fällt mir schon gleich wieder ein. Wir haben hier oben mega cool für 2,91 Euro. Die Preise zu, weil da halt noch die Mehrwertsteuer weg ist. Affengeil daneben, hier mit ein paar Vulkane, das ist noch am interessantesten für mich. Wilde Wikinger für 5 Euro, dann das Bärenstark für 9,73 Euro. Ja, ist eigentlich das größere Wilde Wikinger, nur mit doppelter Ausführung eigentlich, so wie ich das jetzt hier auf Spontanblick sehe. Ja, ein bisschen komm. Ein paar Tischbomben, also Tischfeuerwehr, ein paar Konfetti-Stimmungsmacher. Ja, ihr habt da so eine kleine Schnur dran, für die, die nicht wissen, was es ist. Da zieht er dran, dann kommt da so ein klein bisschen Rauch raus, weil da was gezündet wird. Und dann kommt da so ein bisschen Konfetti raus, Luftschlange und so ein Kram. Äh, vom Tenenparty, ja, ist halt F1. Ist halt an sich schön anzusehen, aber die brennt daraus halt nicht lange, ne. Fünfteilig. Knicklichter Busteset. Ja. Noch mehr Tischfeuerwehr, Bengalfeuer. Äh, da kann ich nichts zu sagen, weil mich Bengalfeuer nicht so interessiert. Aber da ja die Ausbeute dieses Jahr wahrscheinlich nur auf F1, äh, bleiben wird, ja, werde ich mir das auch mal irgendwo mitnehmen, wenn ich irgendwo nochmal finden sollte. Weil ich feiere ja immer in Frankfurt und da ist irgendwie, glaube ich, keiner in der Nähe. Wir haben hier eine Riesentischbombe noch. Hier oben war nochmal Knicklichter. Noch mehr Tischfeuerwehr. Das ist ganz süß für die, die Kinder unter euch haben. Hier mit so einem kleinen Elefanten, Bärchen, eine Schlange und ein Äffchen. Ähm, Knallbonbons. Noch mehr Tischfeuerwehr. Mega Partypapai, ebenfalls Tischfeuerwehr. Ja, glaube ich. Ja. XXLpacks. Ja, hier habt ihr so, ja, Displays werde ich jetzt nicht sagen. Wie heißt das denn? Ihr wisst, was ich meine. Ihr habt hier so mehrere, äh, auf einmal verpackt drinnen. Ihr wisst, was ich meine. Party-Sortiment, fette Fete. Ja, bisschen, ähm, Konfetti und den ganzen Kram. Luftschlangen, Wunderkerzen, Tischbomben, Partyknaller. Ganz cool. Dann haben wir hier unten Crazy Kraut. Knallkraut auch genannt. Ist ganz cool. Ja, zwölfteilig. Zwei Euro circa. Ja. Weil wir haben nichts anderes, oder zumindest nicht viel, einfach mitnehmen. Hauptsache, man hat überhaupt irgendwas. Hundehaufen ist genau wie Babykacke, nur halt als Hund. Äh, Luftpfeifer. Ja, so ein Schwert hier. Spinner, also Bodenwirbel, 32 Stück. Zwei Euro 91 nur, okay. Wunder, Canes, dreiteilig, ja. Kann man mitnehmen, klar. Noch mehr Tischfeuerwerk. Ja, ihr habt hier Disco einmal. 24-teilig, Knallerbälle, Bodenwirbel, Vulkane, Fontänen und verschiedene Effekten. Wahrscheinlich auch Knallerbsen. Dann haben wir hier, äh, Alien, Glass, oder Klaas. Elfteilig. Achso, ich dachte gerade 30 bis 40 Meter. Deswegen habe ich kurz nichts gesagt. Äh, Light My Fire, siebenteilig. Dann haben wir hier so ein großes Set. Das habe ich sogar gerade bei dem Feuerwerksforum gesehen. Das ist gar nicht mal so klein. Das ist richtig nett anzusehen, das Teil. Genau wie das daneben. Für 10 Euro kann man die auf jeden Fall mal einstecken. Kaufen natürlich. Ja, das war es auch leider glaube ich schon. Ich weiß nicht, ob auf Seite 13 noch was ist. Ne, leider nicht. Ja, da bedanke ich mich auf jeden Fall trotzdem fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr habt noch mal in der Nähe und könnt euch da das ein oder andere Set mitnehmen. Die beiden hier unten sind auf jeden Fall am interessantesten. Ja, hier oben ist überall zu viel Knallerbsen. Ich weiß nicht, wie viel Knallerbsen hier drin sind. Sind, okay. Ja, cool, danke schön. Ja, dann hoffe ich, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Abonniert meinen Kanal. Ich werde auch weiterhin trotzdem die Feuerwerksprospekte geben, wenn doch irgendwo einer online geht. Damit man im nächsten Jahr schauen kann, wie sich die Preise verändert haben. Ob die gleichgeblieben sind, gestiegen oder gefallen sind. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao. Bis dahin. 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 Untertitelung des ZDF, 2020